Mein Leben hat mir immer wieder gezeigt, Thomas, du kommst nicht am Herz vorbei. Du kommst nicht an der Liebe vorbei. Gerade bei Tränen und Schmerzen, Herzschmerzen, es wirft dich wieder auf dich selbst zurück. Und dann darfst du lernen, dich wieder zu spüren, dich wieder zu erfüllen und zu heilen über das Herz. Untertitelung des ZDF, 2020